so an die netz kauft ihr mal hier die dings da die erweiterung da auch sie doch ja aber ich will nicht die ganze ich will für 15 euro das einzelne paket jetzt das wird doch hinterher alles sonst zu teuer wenn du dann die nächste wieder kauft und dann wieder nächstes er weiß was ich für ghost ausgabe gegeben habe dich idiot locker 140 euro wandert aber ich erst auch auch immer gesagt habe season pass brauche ich nicht dann so okay der nächste ja hole ich mir auch wo ich mir auch ja da ging das ab weil die ironie unser freund ist die ironie der sponsor von dort da rechts oben auf dem dach jetzt da robin in diesem mittelgang aber merks hat robin und batman mit nachher die er die sich verpackt er muss nie denn muss ich da will halbe stunde den einen hinterherren damit ein klasse Der Prinz wird König. Der aus Tamunda. Wo sind die? Da sitzt einer. Boah, bist du ein kleines dreckiges Arschloch. Aber wir haben auch geholt, ne? Ja, weil die sich nicht mehr bewegen. Wir spielen gerade Search and Destroy. Nein. Es ist noch 1,30. Ja, das schaffen wir. Jetzt wird sie nicht mehr sterben. Paddy? Ja? Was? Nein. Was habe ich denn da für eine Waffe? Ach, geil. Belite? Ja, habe ich auch. Boah. Sorry. Der war gut. Er saß aber auch so verdächtig, ey. Toll, eigener Mann wird da aufgeschossen, ey. Boah, schlecht, ey. Boah, ist das schlecht. Oh Gott, der braucht eine Brille, der Typ. So, jetzt aber, Leute. Ich will keine Ausflüchte hören, okay? Ich habe das Gefühl, dass Hardcore nicht so unser Ding ist. Damals, bei den ersten Landen, war ich doch voll der Sinn. Aber das ist No Headshot. Schieker haben sie mich genannt. Was ist das? Ein dreckiger Camper. Ein dreckiger Camper. Ach, Terrasse, Leute. Terrasse. Comeback. Gut, dann, comeback. Wenn der Clan-Guru das sagt. Alter, der hört weg. Ihr könnt auf der Rasse klicken. Das zieht der gar nicht. Ne. Immer zweimal mehr als du. Das ist ja mehr so ein Doofen. Der einzige Idiot, der auf Terrasse ist. Weiße. Weiße, das Gute ist, Ich nehme alles auf jetzt. Habe ich was vor Gericht. Cybermobbing. Richtig. Und dann gehe ich zu den Holt. Oder zu der geilen Salish. Mal gucken. Salish. Wenn du hast schnell genug ausges- Äh, ausgesprächter ist Richterin Slash. Das ist geil. Und dann wird's gut. Richtig. Die mit den Redhairs. Ist ja die Freundin vom Red-Nosed-Day, ne? Ja, richtig. Ist mir egal. Ist mir egal. Achso, ja. Kann ich auch mal anschmeißen, das Lied hier, ne? Eie. Ach, du warst der eine, der das gekauft hat. Alles klar. Interweb-Kaffee, alles klar. Als ich heute aus Problems zurückkam von der Klausur, habe ich das Best-of-Album ins gehört. Das ging ab, ey. Das war geil. Wenn du das streamst, müssen wir dann nicht GEMA-Gebühren zahlen. Nee, der ist glaube ich nicht hier. Da das eine Selbstkomposition ist. Das war aber gut. 1 zu 6. Entschuldigung. 1 zu 7. Von uns hat noch keiner ein Kill gemacht, ey. Ja, warum? Wir sind ja voll abgelenkt hier. Das ist im Krieg auch so. Da spielen die auch so Musik. Ich habe den ganzen gemacht. Ach, der war rein. Oh. Andi. Alter, da musst du echt auffassen, wenn du streamst, dass du dann nicht von der GEMA einen am Sack bist, oder was? Ja, wenn die das prüfen. Ja, ja. Ist doch bei YouTube genau das gleiche. Wenn du da einmal hochleadst. Die haben Software dafür. Und die leasen das dann aus. Jetzt kommt gerade ein guter Part. Das ist ein Wal, das ist ein Zahl. Schau ins Regal. Ey, Penny, jetzt hör auf. Du wirst die ganze Zeit da abgeballert, ey. Leute, ich wollte das Ding da irgendwann mal hier durchbauen. Beendet aber auch nicht besser aus. Alter, haut der mich weg mit einem Kicken. Ey, die sitzen alle einfach irgendwo rum, die Pisser und warten. Ist ja blöd, mir da lange hin. Hast du eigentlich einen Plünderer mit, Trommel? Nee. Kommst du gut aus mit deinen Mechs? Nö. Aber die meiste Zeit. Besse, ich bin sowieso schneller tot, als ich neue Magazine brauche. Und zur Not nehme ich mir von der Leiche die Waffe. Ich kann mit allem spielen. Und wenn es Steine sind. Die sitzen wirklich nur in den Ecken, ne? Ich glaube, die können mir auch versacken. Ich mag Steine. Ja, die können so schön klingen. Steine sind bessere Menschen. Kennst du das, Patty? Ja. Wo ihr den Stein am Boden schmeißt. Ja. Ich habe gehört, sie können Steine zum Singen bringen. Ja, ja, ja. Ich habe ja einen schönen Stein mitgebracht. Der kann aber nicht singen. Der kann aber nicht singen. Der kann nur klingen. Richtig. Klömm. Das ist ja super schlecht. Aber am besten war immer noch der Babybarsch. Babybarsch-Alarm. Hey, norddeutsche Handlandung. Ja. Der ist ja wieder da drin. Give the money. Give the money. Gib das Geld dir. Give the money. Ja, gut, ey. Kennst du das noch mit dem Bauern? Alles voller Scheiße. Da, wo der Güllebauer da irgendwie die Gülle abpumpen will. Wo da irgendwie der Schlauch platzt und die ganze Scheiße da rumspricht. An die Wanne und so, ja. Ach, das kenne ich auch. Ja. Ach, geil. So, jetzt habe ich hier Terrasse. Nee, komm, Instinkt, komm. Oder beide. Ein Teil da, ein Teil da. Nein, theoretisch kannst du beide anklicken, wenn du zufaden hast. Boah, der alte Philosoph schlägt wieder zu, ey. Ist das nicht so? Alles ja. Oh, ich mach gleich eine Abstimmung. Votekick? Ja. Votekick, ban weg. Wir können mich nicht rausvoten. Keine Arbeit, ist mir egal. Das 1-Hal. Die sind's egal. Mach doch mal Bailando an. Bailando. Genau, das hatte ich gerade vor. Ich such's gerade. So nach Hochs freuen. Bei Bailando. Bei den 8 Seiten Text, die wir pro Tag so produzieren. Boah, das ist verdammt. Ich hab schon gedacht, ey. Mein Handy lädt jetzt zwischendurch immer hier Software-Updates, weil der Akku so schnell leer ist. Und dann sehe ich, dass da der Chat ist. Ich weiß, so abends gegen 8 fängt es auf einmal an wie wild ab zu klimpern. Lädt der bei euch? Also ich komm nicht rein. Ja, ich bin schon drin. Andi und Robin waren auch schon tot. Ich hab euch Standbilder, bei Waffen aussuchen. Das ist nur Mobbing, oder? Das war Bailando. Sie hörten die Originalwesen. Bailando. Hm. Ich glaube, die will Sperma schlucken. Hab ich das richtig gehört. Hast du hier nur Dschungelcamp guckst? Leck mich doch am Arsch, ey. Nein, hat sie wirklich gesagt? Ich schwöre, ey. Bei mir geht hier nix, weil die satt. Wie, du läufst da hier rum? Du spielst doch schon. Ich mach mal ein Spiel aus hier. Ja, super. Mach mal. Mach mal. Anwendung schließen. Anwendung verschließen. So, ich kann mal ein Clash auf Platz gucken. Wie geht das? Was weiß ich, Leute, was die mir ist egal. Ist mir egal. Ich sterb irgendwie immer mehr. Klappst ich mich einmal an der Wange? Weck mich am Fuß, ey. Ich... 0 zu 5, ey. Geil. Rausgehen. Nein. Wir liegen nur sechs Punkte hinten. Rausgehen. Das ist ja auch geil. Ich stehe hier an der Ecke und da ballert die ganze Zeit einer. Ich so, wo schießt der denn her? Liegt ein Meter neben mir. Okay. Vielleicht kriegen wir das 7 hinten. Fick... Fick dich! Du kannst die PS4 jetzt nicht sprachgesteuert bedienen. Ja, geil. Fick dich! sehr geil ich bin so schlecht playstation die lampe ist kaputt macht er nicht ich komme so auch nicht mehr rein hier online profil abrufen das ist gleich wie wir vorhin hatten hoffentlich überprüfen ich auf schieze ich hab mich am arsch ich habe mich am arsch der kommt Jungs kommt NEIN OHH Da muss er ja kommen Danke Und danach hat er sich noch getötet Ja Da war ne Kettenreaktion quasi Geh ich nix für Einmal Der hat mich gejagt, dann bin ich ein bisschen hektisch geworden So Immer am Erklären hier doch Immer den Erklärbär machen, ne? Ja Also folgendes Paddy hast du zu Classic Zeiten auch schon WoW gespielt gehabt, war das? Ja klar Dann kennst du doch das Video von Onyxia, ne? Welches? Wo der Russe das erklärt, wie man Onyxia killt zu Classic Zeiten Wo der sagt doch mal Throw more dots, throw more dots Ne den kenn ich nicht Ach Aber hier guck mal der hat mir gerade ja Call of Duty Advanced Warfare Dienst ist zur Zeit nicht verfügbar Ja das hatte ich vorhin, hatten wir auch Fehlercode 8224 Ja Was ist das denn noch? Ne mit Onyxia kenn ich nicht Leroy Jenkins Ja doch, da kenn ich Das kenn ich, das kenn ich sogar auch wenn ich das nie gespielt hab 40 44 Ich brauch glaub ich auch irgendwo Ich brauch glaub ich auch irgendwo Ich kauf mir jetzt extra nen Fernseher wo ich mal nen Joypad reinschmeißen kann Kauf dir n bisschen ne Röhre, die verzeiht dir das Stimmt das ist ne gute Idee So nen 600 Kilo Fernseher weißt du Boah Unser erster Mann muss mehr machen Wer ist denn da du? Ne Warum ich? Geil wenn natürlich Wichser 50 53 Oh, was war das denn? Wie geil ist das? Der ist in mir gespawnt Ich hatte leichte Gefühle ey Pervers Und ich dachte schon warum kann ich nicht weiterlaufen 556 So Leute Der Robin ist so ein Tier Leider werd ich ein bisschen geil Ja Andy da ist einer Ich komm nicht mehr rein hier Ja wir hören jetzt gleich auch Achso bei Call of Duty kann ich sein Jo Ich komm nicht mehr rein hier 3 wieder zurück Oh Robin der war nicht gut Feindliche Angriffsdrohne in der Luft Feindliche Angriffsdrohne in der Luft Angriffsdrohne auch noch Ja Der hat doch wieder 7 hinten Ja Weil Ist weniger Wir stehen einfach noch am Ende der Map und warten was passiert Das war scheiß Angriffsdrohne ey Letztens 8 Die sind so scheiße die Dinger ne Das war übel Viel Erfolg in der Schlange beim Arbeitsamt So Paddy was los bei dir mach die Flitsche mal aus hier dein Modem und wieder an und dann bist du wieder am Start Der hat bestimmt den Hamster nicht bezahlt ey Der hat bestimmt den Hamster nicht bezahlt ey Der hat bestimmt den Hamster nicht bezahlt ey Der Doof spielt nicht für die ganze Zeit ey Ich starte mal die Playstation einfach nochmal neu ne Ich starte mal die Playstation einfach nochmal neu ne Ja klar Dann bin ich aus dem Stream raus Dann bin ich aus dem Stream raus Aber also ich kann ja so nicht Oh nein Es ist mir egal Es ist mir egal Sehr schön man hört eure Stimmen beim Stream Passt perfekt Geh mal aus der Lobby da raus oder? Joa geh mal raus da Ich glaub Robin hat Blut gelegt Komm die machen wir jetzt weg Retreat zu dritt Ach So Jetzt spielen wir jetzt wirklich 3 gegen 6 Jetzt haltet er das so auf Ja Die denken sich jetzt Da sind die schon wieder Das ist komisch Es sind 3 und die gehen nicht raus Die müssen gut sein Dann gehen wir raus Pass auf Neh mal Retreat nicht Terrasse Ja ist ja ok Dann machen wir für dich Retret Nicht dass die uns leicht überstimmen könnten Nein das können die nicht Ja Hier ist zwei Spieler gefunden Der Stallone AMG Zeig mir gar nicht an wenn er gefunden hat Das ist ein Netzwerkscheinbieter Ah jetzt sehe ich es Mimi Scheiße das sind Pros Oder man soll nur die Ghosten Buchstaben lesen Das sind Po Oh Alter was ist denn hier los Ich hab's gemerkt Ich hab's gemerkt Ich hab's gemerkt Und ihr müsst raten wo ihr bei mir seid Im Arsch Im Arsch Im Arsch Im Arsch In der Nille Guck mal wir haben auch ein Pro Im besseren richtigen Pro nicht so ein Pros Oh Gott So Harry noch zur Info nicht als erstes wieder wenn alle um dich rum sind den Boostslam ok Das war gut ne tut mir leid eh Das war mit der niedrigste Toten ist hier in diesem Spiel Das war ein geiler Springbum Nein ist er Hardcore scheiße So Warum geht denn hier nicht Kann man das lauter und leiser machen Nein geht nicht So Jetzt aber Ok Drei stück stehen zusammen Ich springe Achtung Ich bin extra in eine andere Richtung gelaufen Habe ich gar nicht gesehen ob er geschossen hat oder Scheiße Ist mir egal 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 In COD oder was Ja Ist das gleiche Problem wie vorhin dann Mobing Skandal Sperrbezirk Skandal 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 um Rosi Skandal um Paddy Oh Dir Mir Bist du abgestürzt Andi kann das sein? Ne Mir war ich vermied Achso Hast du ein bisschen hingelegt Ist die Bahn gekommen und über dich gefahren Die Sülze Die Sülze probier's noch mal jetzt geht's bestimmt jetzt geht's wir haben wir haben den port wieder freischalten lassen ja wir mussten immer kurz sperren lassen weil du gingst auf den sack ganz ehrlich und nein Warum trägst du keine Hose? Entschuldigung Ich hab's nicht verstanden Robin erschreckt mich doch nicht so Ballert der mir da einen über ne Burne Von hinten kommt jetzt einer Robin Sagen wir doch Er ist wieder hier In seinem Revier Weheh spät Weheh spät nochmal mein Port Entschuldigung Tut mir wirklich leid nicht Ich guck mal ob ich Schwierige Kills gerade Ob ich auch beitreten kann Aber die musst du halt auch machen Nicht hektisch werden Die musst du machen Oh ich kann sogar join Echt? Geil Geil Yes Geht doch wieder Am Start Mein Nigger Ach darf ich gar nicht sagen Maximal pigmentierter 29 27 Ja Paddy ist da läuft Ja Super Ich bist auch da reingerannt Ja Aber mit Anlauf Der Joseph hat uns gekillt Ja Ja Von wo Spritze Spritze oder aktiv Spritze oder aktiv Aktiv Nein Ich will Spritze Facebook Spritzer Wir haben die Führung verloren Wir haben die Führung verloren Ich glaube ist der Paddy da haben wir verloren Jetzt ist der Paddy wieder da haben wir die Führung wieder Ich habe immerhin schon einen umgebracht Habe ich geschießt Eigentlich zwei Andere war aber der Andi Zill doppelt eigentlich Fernkämpfer Fernkämpfer 40 39 Irgendwo einer im Bus Becken And going down 3 3 4 5 5 5 4 5 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 Nein, nicht ehrlich. Ich auch. Nicht dein Ernst. Wie räudig ist das denn bitte, ey. 47, 49. Hopp, 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 hopp. Ja, jetzt guck, guck, guck. Nein. Scheiße. Alter, was ist denn jetzt los, ey? Ich zähl nix. Bin blind. Ich auch. Na, haben wir verloren. In der Halle da ist da recht auf dem Podest einer, wenn das keiner weiß, was ich jetzt meine. 51, 59. Was ist hier gerade passiert? Alter. Haben wir den gekriegt, Petty? Ja, ne? Jo. Nein. Nein. Ja, stört sich ab. Fuck. 60, 63. Go, 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 go. Jetzt ein Rage-Mor. Nein. Robin. komm komm jetzt müssen wir packen 65 68 vielleicht wollen wir campen ja ich halte das für die beste möglichkeit wir haben noch 55 sekunden obwohl wir können nicht kämpfen 67 70 nein 68 73 ich hau drohne raus sehr wichtig 73 74 kommt scheiße guck mal wie dein bein da noch wippt geil scheiße das wäre gewesen das wäre gewesen andy du läufst aber heroisch da entlang muss ich ja sagen also ich würde mal sagen die untere abteilung also ich ich hatte leck und ich kann erst kurz vorm ende dazu richtig 23 sekunden und ich habe dabei geholfen ich brauche doch keine ak12 elite ich brauche doch keine ak12 elite ich hatte schon ewig keine box mehr ich hatte zwei ja die habe ich gekriegt tut mir leid ich hatte zwei ich war kurz afg check 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 it was ist hier los lust 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020